Herzlich willkommen zur neuen Folge des M&K Werbewoche Podcasts Off The Record. Heute heißt mein Gast Sven Bethke. Herzlich willkommen Sven, schön, dass du da bist. Super, danke. Sven Bethke verantwortet bei der Swisscom den Bereich Events Media Solutions. Und irgendwie kam mir sofort die Frage auf, Swisscom kennen wir alle? Aber seit wann hat denn Swisscom Event und Media Solutions dabei im Namen? Erklär es mir. Ja, manchmal wird man fündig oder zufälligerweise kriegt man was, was man vielleicht gar nicht so geplant hat. Und das war wirklich so ein Zufallsprodukt. Und zwar hatte die Swisscom, war ein großer Sponsor, mach mich nicht fester, aber 2008 in der Euro, die in der Schweiz und in Österreich parallel stattfand. Und Swisscom war da ein Sponsor und hat stark investiert damals in Hardware, Materialien, Bedürfnisse, die es damals brauchte. Auch bis runter auf ICT-technische Sachen. Aber ich glaube, die hatten sogar auch noch LED-Wende und so gekauft und Trucks und so. Für das Event hat man richtig investiert und dann war man da und hat gesagt, du, jetzt haben wir irgendwie Know-how. Irgendwie haben wir ja intern sowieso schon, weil Swisscom hat immer schon Aktivierungen gemacht im Event-Bereich natürlich und dann mehr aus der ICT-Sicht vielleicht daraus. Und jetzt haben wir noch Hardware dazu. Ja, jetzt könnte man eigentlich mehr draus machen als bisher. Und ich glaube, ein anderer Faktor, der kommt mehr aus dem CFO-Gedanken raus, sagt, du, ich mache so viele Aktivierungen, die kosten mich ja irgendwas auch. Also nicht nur das Sponsoring, sondern auch People. Was kostet mich das wirklich? Ich möchte mehr Transparenz reinbekommen. Dann hat man gesagt, okay, wo deponiert man das? Das ist bei Swisscom Broadcast. Das ist eigentlich unsere Muttergesellschaft gewesen damals. Und hat gesagt, ja, aber eben, Event ist nicht nur physisch. Event hat auch was mit Kommunikation zu tun und Streaming. Und das war damals, 2011 war das dann, ja. Ungefähr hat man gesagt, man muss da das integrieren. Und dann hat man sich eine Cutting-Edge-Streaming-Bude gekauft damals. Ja, das war eine Akquisition dazu. Und hat dann, daher kommt auch dieser Name Event und Media. Und das waren wirklich noch Zeiten, im Gegensatz zu heute, wo ja jeder von uns streamen kann mit dem Handy, war das wirklich noch so, wie macht man jetzt das und so. Und die haben damals ganz, war so eine richtig coole, hippe Avantgarde-Agency, oder? Das finde ich, also da wollte ich jetzt kurz einhaken, weil heute im Jahr 2021 sind uns diese Namen Streaming und Hybrid und all das, digitale Events, ist ja uns allen total bekannt. Aber damals müsst ihr damit ja recht weit vorne gewesen sein. Also Hut ab. Ich meine, klar, ist ja auch logisch, Swisscom hat ja auch die Infrastruktur und so. Und das ist klar. Aber damals schon ziemlich hip. Du bist aber noch nicht seit 2011 dabei. Nee. Erzähl doch mal, wie du dazugestoßen bist und seit wann du das Ganze verantwortest. Also das war, auch das ist ein reiner Zufall, weil ich komme eigentlich nicht aus der Eventbranche und ich habe auch keinen Technik-Background. Was ich immer gemacht habe in meinem Leben ist, Geschäfte aufgebaut oder so. Mehr so. Heute würde man sagen Startup. Es ist einfach ein Geschäft gründen, aufbauen oder übernehmen und weitermachen und so. Und ich bin mehr so der Builder und Shaper und nicht so der Verwalter. Und irgendwie bin ich über Umwege in die Eventbranche gerutscht. Damals bei Rufner. Jojo Rufner. Ja genau, Jojo kennen ja alle. Ja klar. Und da war ich aber, da war ich nur ein Jahr und habe dann die Berufen bekommen, da zur Swisscom zu kommen. Außerdem habe ich gesagt, wollt ihr mich wirklich? Also ich meine, ich habe ein bisschen eine Ahnung von Events jetzt, weil ich da ein Jahr war, aber ich bin kein Techie. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, passt schon irgendwie. Und dann bin ich im 2015, ja mittlerweile auch schon sechs Jahre jetzt, als Head of Sales and Marketing eingestiegen und habe dann im 2017 den gesamten Bereich übernommen in der Führung. Ja, da würde ich jetzt aber gerne kurz insofern einhaken, dass ich kenne dich noch nicht so lange jetzt. Aber du wirkst auf mich wie jemand eben Macher, Shaper, nicht Verwalter. Nun bist du aber für deine Verhältnisse vielleicht schon recht lange sogar jetzt auf dieser Position und insgesamt bei Swisscom. Es scheint ja irgendwie denn doch sich so zu entwickeln, dass du immer neue Dinge findest, die dich interessieren, oder? Also es gibt ja, also Digitalisierung ist wohl mit der dynamischste Markt, den man sich drin bewegen kann. Und also es waren zwei Sachen, die mich motivieren. Das eine ist, als ich den Laden übernehmen durfte, da waren wir jetzt, sagen wir mal, noch nicht so finanziell super aufgestellt. Da haben wir gesagt, cool, da kann man was draus machen noch, das kann man weiterbauen. Und wenn ich schaue, wo wir heute stehen, fünf Jahre da, sind wir meilenweit vorangekommen. Also es ist eine super Success Story. Das macht natürlich Freude. Und ich sehe da noch viel mehr Potenzial. Ich glaube, das ist es, was dich auch interessiert. Du siehst, dass da noch was geht. Und das Zweite ist halt dieses, ich lerne extrem viel. Also einerseits über, was man da jetzt machen kann mit der Digitalisierung, der ganzen Bereich. Also es ist für mich eine never ending story natürlich. Und ich habe super Leute. Und ich sage immer, meine Rolle ist ja eigentlich nur, das alles irgendwie zusammen zu bekommen. Aber ihr seid die Pros. Und meine Aufgabe ist nur gucken, dass die richtigen Leute am Tisch sitzen und dass die oben happy sind. Und da sind wir eine extrem starke Unit. Wie viel seid ihr denn bei euch? Wir sind heute 60 Leute. Als ich damals kam, waren wir mal 30. Und deshalb sind wir schon schön vorangegangen, haben auch neue Sachen aufgebaut. Und eben dann mit der Pandemie kam sowieso ein Game Changer. Darauf wollte ich jetzt gerade kommen. Ich glaube, das ist jetzt, nein, du nimmst mir das nicht aus dem Mund, sondern ich werde da einfach nur so einhaken, weil wir haben jetzt die Zeit vorher ein bisschen angeschaut. Und jetzt kommen wir zur Pandemie oder zu jetzt fast schon after, hoffentlich Pandemie. Das hat ja die gesamte Eventbranche auseinandergesprengt und eigentlich erst mal getötet, dachte man. Aber natürlich, es steht jetzt alles wieder auf. Wie habt ihr das erlebt bei euch, die Pandemie? Für uns war es so ein Schock wie für alle anderen. Aber es war sowohl im positiven Schock als auch im negativen. Also im negativen natürlich alles Business, was bei uns klassisch, also Event-ICT-Bereich ist, alles was mit Konnektivität etc. zu tun hat, war full stop logischerweise. Da haben wir auch massive Einbußen gehabt. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir Streaming eben extrem weit schon vorne waren, wurden wir nicht überrannt, oder? Eben. Und wir hatten natürlich den jetzt im Vergleich vielleicht zu den Kollegen aus Event-Technik-Bereich, AV-Technik etc., die ja auch extrem viel jetzt gelernt haben in der Zeit und viel, viel Kunden bewirkt haben, waren wir natürlich schon weit vorne. Eben. Und also es war wirklich brutal. Und deshalb kann ich sagen, ein weinendes, ein lachendes Auge. Und es hat natürlich aber auch, ich sage, ich nehme immer Sachen positiv, auch wenn es Rückschläge sind, es hat die Organisation extrem nochmal konkretisiert und weiterentwickelt und so. Und geshaped. Das, was du ja magst auch. Und deshalb weiß ich auch mehr, auf was wir setzen wollen und was wir in Zukunft, wo wir rein müssen. Aber es ist nicht einfacher geworden. Dadurch, dass wir natürlich, der Markt ist natürlich ganz anders besetzt jetzt. Ja, eben. Eben streamen können jetzt mehr oder weniger alle. Ganz genau. Aber du musst immer gucken, gerade wenn du nicht so ein Huge-Player bist, wo du sagst, wo ist deine Nische, wo gehst du rein, oder? Und da sind wir schon sehr gut unterwegs. Erzählst du mir was über die Nische? Ich würde so gerne wissen, wie ihr sozusagen, was ist euer Unit Selling Point? Wo seid ihr besonders gut drin? Warum sollte man euch in Betracht ziehen? Oder ich meine, mit dem Brand Swisscom bist du automatisch verpflichtet zu einer Top-Leistung und Qualität, oder? Das heißt, wir fokussieren uns sehr stark natürlich jetzt in dem Bereich Communications auf Corporate Communications Lösungen oder große internationale Rechteinhaber, zum Beispiel, die da sind, die großen Fussballveranstaltungen machen, etc. und so, oder? Das heißt, wirklich auf dem Level, wo dann neben dem, ich sage mal, rein Produktionsbereich vorne, die Integration und Netzwerke auch geschehen müssen und Distribution hintendran. Also entweder brauche ich wirklich eine super Integration, ein Hochsicherheitsnetzwerk von einer Versicherung oder von einer Bank, oder? Was ja viel mit Firewalls und so blockiert wird. Das heißt, wie läuft das ruckelfrei, wie läuft die Kommunikation? Oder ich brauche Lösungen, die international möglichst gut distribuiert werden können, oder? Und das heißt, so die zwei Dinger, die sind nicht so einfach zu lösen, nur, dass ich einen Handy inhalte und live streame, sondern da braucht es viel IT-Software-Know-how und das ist so da, wo wir sehr, sehr stark sind. Immer auf der Basis von, sage ich jetzt mal, alles, was mit Connectivity-Dienstleistungen hat, weil das ist das Asset, das ist die Basis des Ganzen, oder? Und auf dem drauf schauen wir, dass der Kunde eigentlich eine super End-to-End-Begleitung da auch hat, oder? Wie ist es mit Corporate Communication? Das kommt ja auch seit der Pandemie natürlich sehr viel stärker, dass die Unternehmen in Verbindung bleiben wollen mit ihren Mitarbeitenden, mit ihren Stakeholdern. Und alle eigentlich, es ist alle, alle noch nicht, aber alle sollten auf so eine Art hybride Kommunikation setzen, wo sie die Leute schnell erreichen und auch vielleicht stetig erreichen, auch im Homeoffice. Habt ihr dort Lösungen anbieten können? Konntet ihr da auch beratend tätig sein? Ja, also wir sind, die Kollegen von Swisscom sind ja, vertreiben oder bearbeiten ja auch die ganzen Microsoft-Produkte. Also das ist schon so ein RI-Feld. Und ich meine, Teams hat ja auch einen extremen Fortschritt gemacht in der Zeit. Das ist weniger unser Ding, sondern unsere ist schon eher so diese, also sagen wir, one-to-many-Kommunikation oder many-to-many auch irgendwie so in der Art. Genau, das habe ich mir gedacht. Und da haben wir extrem, das war eigentlich schon unser Asset da drin natürlich. Wir machen ein anderes Beispiel vielleicht fest, oder? Oh, unbedingt. Das World Economic Forum ist ein super Kunde von uns seit 10, 12 Jahren. Der hat primär natürlich Davos, aber mittlerweile auch international etc. Und wir hatten nicht vor drei Jahren, hatten wir noch nicht die ganze Streaming- und Kommunikationssachen gemacht, das haben sie anders gelöst. Wir sind dann kurz vor der Pandemie dazu gekommen, dass wir das übernehmen durften. Und mit der Pandemie hatten die einen Vollstopp. Aber die haben ja trotzdem weiter Events durchgeführt. Und genau so Sachen, so Cases sind extrem komplex, dass du eigentlich über die ganze Welt verteilt Teilnehmer hast, die mit verschiedenen Sources, also kann Laptop, kann professionell, egal wie mit der Software, mit der Software, also dass du das alles auf eine Plattform bringst, die gut läuft, stabil läuft und nachher aber auch sauber distribuiert wird. Oder das sind zum Beispiel so Cases jetzt vielleicht eher in, also nicht direkt Corporate Communications, aber geht natürlich rein ins Corporate Segment. Und gleichzeitig da auch natürlich, wenn du das Corporate wieder runterziehst, da haben wir geschaut, dass unsere Kunden lernen, natürlich auch selber zu machen mit Produkten, die ihr Leben einfacher machen, oder? Und das ist heute so. Also wir haben viele Großkunden, also die mittlerweile das selber machen, weil sie sich kleine Studios gebaut haben hier, wie hier auch und so. Brauchst ja nicht viel. Aber wie schaffst du es, dass es sauber läuft, dass es sauber kommt, das mögen wir. Und da seid ihr auch in der beratenden Funktion. Selbst wenn ihr Sachen nicht selber dann umsetzt, habt ihr auch ein Beraterteam. Ja, beziehungsweise, also wir haben auch wieder Umsätze verloren, weil der Kunde sich weiterentwickelt hat. Aber wir haben ihm auch dabei geholfen natürlich und schauen, dass wir eben trotzdem da, wo es dann kompliziert wird, das Leben einfacher wird. Verstehe. Ja, genau. Welche Themen haben euch denn 2021 besonders bewegt? Welche Projekte sind so in Erinnerung geblieben oder bleiben vielleicht in Erinnerung? Also ich möchte noch einen Schritt zurück machen. 2020 war eben ein Hammerschlag. Jetzt haben wir nur das Positive beleuchtet. Das Negative war natürlich, dass eben das andere nicht stattfand. Was aber an meiner Truppe wirklich cool ist, dass sie nie still steht und sich irgendwie immer versucht, neu zu erfinden. Und zum Beispiel haben wir den Zuschlag bekommen, diverse Impfzentren in der Schweiz aufzubauen, was ja in per se für uns in der Definition auch Event ist, weil Event definieren wir als temporären Anlass aus Sicht des Swisscom, oder? Und da haben wir für Kanton Bern, Basel-Land, Zürich und so diverseste Impfzentren mit ICT-Infrastruktur aufgebaut und war ein super cooler Case, weil eben nicht per se Eventgeschäft, aber eben genau in so Zeiten musst du schauen, was du sonst noch machen kannst. Und brauchst ja trotzdem da extrem auch wieder Thema Sicherheit, Performance, Datenschutz etc. Und das sind nicht alles Assets, die dann bei uns wieder gut sortiert sind und wo der Kunde auch drauf zählen kann. Habt ihr denn dafür pitchen müssen? Das ging so schnell, dass man da gar nicht pitchen muss. Das war wirklich so, das kam vor Weihnachten und dann ging es ruckzuck und ist gut machen und dann über Weihnachten hat da eine Truppe von zehn Leuten durchgearbeitet, die hatten keine Feiertage, keine Silvester, die haben einfach früh gearbeitet, weil am 4. Januar, glaube ich, war in Bern, war schon Implementation etc. Also so Sachen, aber da sind die heiß drauf bei mir, das ist cool. Ja, das ist toll, aber auch natürlich ist es auch super am Geschehen, so schlimm das war, aber dann auch helfen zu können. Natürlich, ich meine, das ist doch super. Ich war mega stolz, die Leute. Also das Coole ist bei uns, du musst immer so verstehen, mein Swisscom sind 20.000 Mitarbeiter und wir sind eine kleine Truppe vorneweg, so Schnellbötchen, aber wir ziehen natürlich dann die Register hinten dran, oder? Genau. Und das ist so, wenn du dann in diese Breite gehen kannst, das Know-how ziehen kannst und das ist genau ein super Beispiel von dir, die Leute sind, also Events finden immer alle cool auch zu helfen, auch im Konzern, das ist mal was anderes als vielleicht normale IT-Services zu liefern, darum sind die immer gerne dabei, aber das Ding hat ja schon noch so einen extra Twist, so ich helfe der Nation. Ja, unbedingt, ja genau. Und ja, das klingt noch gut, muss ich sagen. Aber dann hatten wir 2020, jetzt haben wir 2021 fast schon wieder vorbei. Wie hast du das Jahr erlebt? Was hat sich... Also wir sind eigentlich extrem stark aus der Pandemie jetzt rausgekommen, weil wir haben diverse Sachen verloren, weil es Commodity geworden ist, aber wir haben diverse neue Kunden gekriegt oder die Kunden, die wir hatten, eben so gut begleiten können, dass sie jetzt viel, viel mehr machen, oder? Und große Sachen, die für mich also wirklich game-changing waren, war zum Beispiel die Fußball-Europameisterschaften. Da haben wir für die UEFA einen großen Case umsetzen können, für die aus einer Zentralregie, die ganze Distribution in die zwölf Länder raus, gewisse Leistungen zu machen, oder? Auch das war ein Novum, dass man eigentlich zwölf Länder gleichzeitig bespielt mit Content etc. Also super geiler Case gewesen für uns. Ich hake ein. Ich muss sofort einhaken. Ich bin Fußball-Fan. Deine Rolle, wenn ich mir dich jetzt vorstelle, wenn du sagst, so in zwölf Ländern und so, wo bist du da? Also bist du irgendwo in so einem Planungsbüro? Ja, hast die Chefkappe auf und sagst du da lang, da, da, da? Nee, 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 nee. Wie kann ich mir dich vorstellen? Nee, meine Rolle ist es, also ich bin, meine Philosophie der Unternehmensführung ist die, dass ich sage, jeder ist der Beste in dem, wo er ist, oder er möchte der Beste werden. Und meine Rolle ist, das zusammenbringen. Also ich bin A, nicht der Kontrollierer oder der irgendwie, der hinterher rennt oder sagt, sondern mir die große Richtung gibt und hilft, Türen zu öffnen beim Kunden, aber nachher müssen die Spezies ran, gell? Und ihr wisst natürlich dann auch, wer für was wie am besten ist und dann gibt es wahrscheinlich eben auch Meetings, wo man dann zusammenkommt. Spannend. Ja, und deshalb eben, ich kann da auf ein Team von wirklich hochspezialisierten Leuten, oder wir sind da so ein Gemischtwarenladen, oder dadurch, dass wir, also wir haben jetzt nur Event ICT und Streaming so ein bisschen beleuchtet, aber das hat nochmal Facetten unten drunter. Wir haben auch Plattformlösungen bei uns, wie zum Beispiel, also Event Management Software Lösungen, die dann integriert werden in Streaming, also eine End-to-End-Begleitung. Wir haben ein Start-up hochgezogen mit A-Sport, das eine vollautomatisierte Videoproduktion im Sport macht. Und du siehst, wir sind da wirklich so ein kleiner Haufen mit total diversifizierten Geschäften, aber alles spielt trotzdem auf diese, sage ich mal, eben sichere Übertragung, sicheres Veranstalten, sicheres Kommunizieren. All das ist unser gemeinsamer Asset. Und trotzdem sind das alles einzelne Schnellboote oder größere Boote schon und die sich bewegen am Markt. Wie ist denn das, deine Rolle auch, du hast gerade vorhin gesagt, du schaust auch, dass oben alle glücklich sind und unten auch möglichst. Also du bist so dazwischen. Genau. Also oben und unten nicht wertend gemeint. Nee, nee, überhaupt nicht. Einfach nur in der Pyramide. Ja, oben, ja, ja. Wie ist das mit so einem wirklich Großkonzern wie Swisscom, der ja viel Purpose, Wertevorstellung, das alles muss ja transportiert werden, ne? Also hat man dort bei Aufträgen, braucht man ja nicht noch eine ganz andere Art von Compliance dahinter, wo man sich immer wieder vergewissern muss, dass das alles auch stimmt und klappt? Ist extrem gut organisiert. Mit positiven wie im schlechten, also im negativen im Sinne von negativ, dass halt gewisse Sachen halt, wir sagen das intern, jetzt hören es alle so ein bisschen die Waschmaschine, aber das ist normal in so einem Großkonzern, dass halt manchmal, weiß ich auch nicht, an wen ich hin muss, jetzt im konkreten Fall. Aber man findet sich immer irgendwo und was du gesagt hast mit den Werten, es hat trotzdem, die Swisscom hat ja bei sich bereit, als Credo, oder? Und das merkst du schon. Also wenn wir dann kommen und am richtigen, und da kann ich bis zur Konzernleitung hochkommen, ich mache ein Beispiel, die Kollegen, also die Kollegen, die Staatsmänner Putin und Biden hatten ja dann entschieden, dass man sich doch wieder mal trifft und haben das entschieden, in der Schweiz zu machen oder in Genf. Und das war, also aus unserer Sicht ist das wie ein Mini-Web, Hochsicherheit, also nicht nur physisch, sondern eben auch als Cybersecurity, dann die ganzen Netzwerklösungen hinten dran und, und, und. Das war eigentlich ein Gesamt-Swisscom-Auftrag, den wir koordiniert haben. Und da reichte eine Mail an drei, vier Kollegen aus der Konzernleitung und dann war das alles klar, wir stehen voll dahinter, haben die richtigen Leute angekommen. Und dann merkst du, wie dann einfach eine Firma so zusammenstellt, egal welche Compliance, Regulations, etc. da hinten sind, der Mindset ist ganz klar, wir müssen deliveren, oder? Und das ist cool, muss ich sagen. Und dann gibt es wieder Beispiele, wo es halt manchmal länger geht. Ja, ja, aber das ist ja auch normal, das ist ja auch ein Tanker, ihr seid die Schnellboote, das ist natürlich klar, dass das manchmal, wäre man froh, man könnte den Gang hochschalten, aber das ist ja normal. Logisch, klar. Aber wir haben jetzt über 21 gesprochen, jetzt reden wir mal über 22 bis 28. Ich weiß, du denkst wahrscheinlich nicht ganz so lang oder vielleicht doch, ich meine, du bist ja wirklich ein Mover und Shaker. Was plant ihr, was habt ihr im Sinn, wo geht es hin, wo könnt ihr vielleicht auch noch ein paar Tipps geben für andere Eventveranstalter, wie sie sich aufstellen sollen? Also für uns ist klar, jetzt mit unseren Assets ist, also Video ist the big thing und auf den bringen wir verschiedene Lösungen weiter, oder? Und klar, jetzt hast du vorhin auch schon Schlagwort Hybridisierung reingebracht, oder? Jetzt, wir sind ja nicht die Kreativen im Sinn von Konzepter, wie das umgesetzt werden muss. Wir haben jemanden bei uns so, der auch den Kunden berät. Wie bringe ich denn die Digitalisierung mit live und dramaturgisch so zusammen? Also können wir auch liefern? Weil das ja eben andere Formate sind. Aber ich glaube, da brauchst du spannende Formate, oder? Und weil du musst beides bespielen, oder? Also wir haben eben diverse Kunden, die national und international tätig sind, die den Vorteil jetzt gesehen haben in, ha, kostet doch schon weniger, wenn die Leute nicht so viel reisen müssen. Oh, Eventlocations sind klein, da muss ich nicht mehr so. Klar, alles blöd für diese Gewerbetreibenden. Das ist so. Aber es ist ein Zeitfaktor. Es wird auch nicht mehr zurückgehen. Das wird nicht, oder? Also ich rede jetzt hier vom Corporate-Segment. Ich habe eine klare, andere Meinung für Entertainment-Business. Können wir vielleicht noch drauf kommen, oder? Ja, sehr gerne. Aber im Corporate-Segment wird also das Format nicht zurückkehren, im Sinne von alles nur noch physisch und so. Und da denke ich muss, das ist die ganze Branche, ich habe vorhin Rufwänner genannt, die ja nicht mehr so heißen, dass man wirklich da diese Formate findet, dass die Dramaturgie, dass die Spannung trotzdem so aufgebaut werden kann. Und dieses Vernetzen internationaler Möglichkeiten, also das ist sicher das große Asset. Und eben da, wo wir reinkommen, ist das, dass das reibungslos läuft, eben die Komplexität und eben auf einer guten Distributionslösungsthematik, oder? Und auf dem Entertainment-Bereich. Ja, genau, hätte ich jetzt... Sehr gut, danke vielmals. Ich hätte jetzt gerade gesagt, wie ist das denn im Entertainment-Bereich? Du sagst, du hast eine ganz andere, klare Haltung. Erzähl mir davon. Also im Sinne von, wenn ich sage Entertainment, dann sage ich, Corporates machen Events ja, also klar, auch die können Werbeveranstaltungen machen oder Vermarktungsthemen reinbringen, aber grundsätzlich ist es vielleicht eher Mitarbeiter und Community. Das andere ist, wir verdienen Geld mit Events. Und diese Rechtehalter etc., werden, aber auch die sind natürlich sehr stark in den Digitalisierungsthemen drin. Dennoch werden sie den Primärfokus immer auf eine große Anzahl von Leuten hier drin haben, weil das eine primäre Einkommensquelle ist. Dennoch, und das gibt es ja nicht, es gab es auch vor der Pandemie, müssen auch dort Formate, glaube ich, den Content muss so gesteigert werden, dass Leute auch sagen, ich zahle etwas dafür, dass ich es doch auch digital konsumiere. Und das heißt, dieses Gänsehaut-Feeling kriegst du nicht so ganz hin, natürlich wie live, oder? Wenn du in der Masse bist, dann zieht es anders, weil du die Energie der anderen Leute spürst. Ja, die Chemistie. Kannst du nicht digitalisieren, die Chemistie. Nicht ganz. Ich sage noch ein Beispiel, wo ich denke, wo es uns ganz gut gelungen ist. Aber ich glaube, dieses dramaturgische Denken auch dort, dass man sagt, das geht dann halt auch rein in, was habe ich für Verträge mit den Musikern zum Beispiel. Also da wird ein Umdenken stattfinden müssen. Das nicht wie, wo die Plattenindustrie in den Boden gefahren wurde, weil Streaming auf einmal möglich war und die Musiker auch weniger verdient haben primär. Also dass nicht wieder so Sachen passieren. Dieses Ding bewegt sich jetzt. Oder Events werden distribuiert. Und ich denke, anstatt, dass da alle sitzen bleiben und sagen, ist mein Geschäftsmodell, dass man da sich öffnen muss. Und das wird vielleicht weniger für gewisse, aber vielleicht es wird sich mehr verteilen. Und entweder erzwingt der Markt, weil der Konsument will es, oder du wirst halt überholt. Aber als Beispiel, verstehe ich das richtig, dass zum Beispiel ein Kunde oder ein Konsument, jemand, der zu einem Riesenkonzert geht, sagt, verdammt, ich kann jetzt doch nicht gehen. Ich will das aber eine Woche später unbedingt mir nochmal anhören und anschauen. oder jemand, der gar nicht erst dahin fliegen kann, zum Konzert sagt, aber ich will dabei sein und dann eben die Möglichkeit hat, das von zu Hause zu erleben. Das eine ist immer, auch vielleicht mit dem Thema A-Sport, schaut sich jemand ein Spiel 90 Minuten an? Also die, sagen wir mal, die jüngere Generation wird es eh schwierig, oder? Ja, stimmt. Oder habe ich so eine... Kapazitätsspanne. Ja, hallo. Also ist ja für mich auch schon schwer und ich bin sicher kein Digital Native, oder? Aber das heißt, du musst auch da in anderen Formaten denken. Rein das Konzert oder rein das Fußballspiel schauen, ist was anderes, als dann sagen, ich habe aber andere Formate drin. Mehr Background-Stories, mehr Side-Content etc. Oder interaktiv vielleicht. Ja, interaktiv, vielleicht kann ich Sachen auch mitbestimmen. Ah, genau. Weißt du, so meine ich, oder? Also es gibt einen super schönen Case, den gibt es schon lange, das ist die Berliner Philharmoniker. Die haben ganz früh, es gibt das Digital Concert Hall, heißt das Format, und das finde ich immer noch outstanding. Also es ist saugut aufgezogen, mega schön und ja, dann hast du halt eine Paywall und du zahlst und klar, die Konsumenten sind sehr schön, eher im älteren Semester, die setzen sich hin, haben hoffentlich ein gutes Soundsystem oder Kopfhörer und konsumiert es, aber die haben auch Video und ich genau so Formate mit dann vielleicht Masterclasses, mit Background-Stories, mit Gamification-Features, also wenn ich partizipieren kann, Statistiken etc. oder gerade bei A-Sport zum Beispiel, wo wir die Handball-Liga als Kunde haben, wo wir die ganze Plattform für sie betreiben, ja, da gab es viel mehr als die Spiele. Du musst mehr machen, du musst die Highlight-Clips ganz schnell draußen haben und dann kann nämlich auch ein Werbetreibender, also ein Medienhaus oder so, den Content schnell übernehmen und vertreiben und wenn du diese Formate hast, die konsumierbarer sind, ja, dann kriegst du ein größeres Ökosystem, oder? Ja, logisch, macht Sinn. Und dann ist es nicht nur der Event und die herumgelagerte Komite. Ich verstehe, du hast mich echt mitgenommen, ich stand ein bisschen auf der Leitung, Entschuldigung. Kein Problem. Also es ist ja nicht immer, fällt mir auch immer so einfach, das in drei Sätze zu packen und ich meine, wir hatten damals schon bei Rufner gesagt, es gibt immer Vorwärm oder nach dem Event, Oldschool, oder? Aber wie richtig, wie du das machst, es ist nicht, es gibt kein Cookbook für mich, oder? Das heißt, muss schon das Zentrum, der Veranstalter oder der Rechtehalter, der muss sich da schon so ein Ding machen, dass er sagt, ja, wie bespiele ich das, oder? Swisscom, hast du vielleicht gelesen, geht jetzt ins Festival oder in die Musikbranche wieder rein, finde ich cool. Ich meine, wir haben mit diversen schon gesprochen, wie schaffen wir euren Brand 365 Tage im Jahr erlebbar zu machen? Also das ist ein anderer Asset als nur das Event, oder? Ja, super. Und das können ja Swisscom-Kunden dann auch TV-mäßig können ja darauf zugreifen dann nachher, Absolut, ja. Also auf diese ganze Musik-Plattform, die ihr jetzt da kreiert. Genau, die Libraries. Und eben von, noch schnell, wegen Emotionen, wir hatten, das war auch nochmal 2020, ein kleiner Rückblick nochmal, da war, Switzerland Connected, ich weiß nicht, ob du dir erinnern kannst, da hat man, wie heißen die beiden Kollegen zusammen, also der, jetzt hänge ich wieder drauf, aber die beiden Zürcher Musiker, genau, die haben dann, haben wir geschafft, dass wir eigentlich sechs Standorte, ja, miteinander verknüpft haben, dass die ein Live- Alles nicht loko, ist Krito der Alte? Nee, wie heißen der mit den Wuschelhahn, der Mark Sway und der- Ah, Mark Sway und Blick. Blick, genau. Blick und Mark Sway, ja, jetzt konnte wenigstens noch ganz gut helfen. Der mit den Wuschelhahn, okay, tut mir leid, Jungs. Nein, 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 alles klar, alles lang. Ihr nehmt es mir nicht übel. Nein, niemand. Und da haben wir es ja geschafft, mit ihnen zusammen, oder gesagt, okay, wie schaffen wir das eigentlich, sechs Standorte miteinander so zu tun, dass die live zusammen musizieren. Also, es war nicht irgendwie, man nimmt das auf, das auf, das auf, schneidet zusammen, sondern es war wirklich ein Live-Moment. Klar, war so ein bisschen ein Technik-Geek-Ding, oder, für uns und so, aber wir haben das dann ja schön ins TV auch produziert, zusammen mit Blue, oder? Und ich muss ehrlich sagen, als ich das Ganze, klar, jetzt habe ich Emotionen gehabt, weil ich es nicht gewusst habe, oh, das kann jetzt klappen. Und es hätte auch voll der Reinfall werden können, also es war so einen Tag vorher, beim Proben war es noch echt schräg alles. Und dann hat es dann doch geklappt, dann hast du natürlich, oh, der Stein fällt dir vom Herzen. Aber ich glaube, das war schon auch emotional, in dem Moment, auch für einen normalen Zuschauer, ich sage, geil, jetzt schafft man das. Aber, aber das hat natürlich auch ein bisschen das Momentum, dass das neu ist. Also, das war der Not geschuldet, auch ein bisschen, dass alle sozusagen, war das möglich. Das war natürlich auch Teil der Emotionen. Absolut. Und das dann später, also eben, und wenn du das in die Zukunft führst und das dann sozusagen normal wird, musst du ja schon vielleicht nochmal ein bisschen was draufpacken, um die gleiche Art von Gänsehaut Emotionen zu tachen. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Ja, genau. Weil wenn man so ein bisschen isoliert ist, dann ist ja das sozusagen, gibt dir dann das Gefühl von, oh, das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber das musst du ja auch halten können. Genau, aber du bist jetzt schon sehr avantgarde. Das ist natürlich, wir bewegen uns ja, also dahin, hast du völlig recht, ja. Also darum sage ich, Ja, genau, klar. Aber vor ein paar Jahren wäre es noch gar nicht möglich gewesen. Und deshalb, das ist ja das spannende Eichel im Ganzen. Ja, super. Und das ist auch das, was dich wahrscheinlich hier hält, weil du ja, so wie ich dich jetzt erlebe, auch jemand bist, der gerne Neues hat und ein bisschen ungeduldig wird, wenn es dann nur noch um Verwalten geht. Aber da bist du ja jetzt wirklich auch genau am richtigen Ort. Ich habe viel Gutes über dich gehört, dass du dein Team super zusammenhältst und dass man dich sehr, sehr schätzt als Verantwortlicher. Du willst ja nicht CEO genannt werden. Wie ist das mit deiner Truppe und dir? Also, was schätzen die? Naja, das ist eine schwere Frage, da würdest du jetzt antworten. Da muss ich dir meine Mitarbeiter fragen. Aber welches Gefühl hast du? Was kannst du für einen Unterschied machen in so einem großen Konzern? Also, wir sind ja eigentlich ein U, ein K sind wir, Entschuldigung. Ein Unternehmen sind wir, ein kleines Unternehmen und auch KMU jetzt im Kontext von Swisscom Broadcast. Aber wir sind ja eine Business Unit dort. Und also, was macht den Unterschied? Ich glaube, am Schluss zum Tag ist es, also wir haben ja das Glück, dass wir in einem Metier arbeiten, das einfach cool ist. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil, gegenüber vielleicht jemandem, der sagt, ich muss irgendwie, weißt du auch nicht was, ein Produkt und das ist nicht sehr sexy und weiß nicht was. Also, wir arbeiten ja in einer extrem coolen Branche, die schon emotional ist. Da sind natürlich auch spezielle Typen drin, muss man auch sagen. Das ist auch nicht Federmann. Aber ich glaube, als, also um da, ich glaube, also, der Wandel im Leadership, oder, der vollzieht sich ja auch im Privaten. Früher war vielleicht Familienoberhaupt, hierarchisch geregelt, durfte es nicht hinterfragt werden, etc. Also, so wie es sich im Privaten tut, tut es sich ja auch im Geschäftlichen, oder? Und deshalb glaube ich, was glaube ich die Leute, was den Leuten bei uns gefällt, an unserer Kultur ist, dass wir eigentlich das Individuum ins Zentrum stellen, den Mitarbeiter, dass wir auch Diversity, im Sinne von auch, jeder darf so sein, wie er ist, jetzt nicht nur genderbetrieben, bezogen, sondern halt eben auch charakterlich, etc. Dass wir eigentlich gerade das auch ein bisschen zelebrieren, das Anderssein, oder? Und, 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 und ich glaube, dieses an der Kultur arbeiten ist etwas, was mir sehr Spaß macht. Weil, wie gesagt, was kann ich denn sonst? Also, ich bin kein Techniker, ich bin kein Verwalter, ich bin kein Buchhalter. Jo, dann bleibt nicht mehr so viel, übriger. du bist der Zusammenhalter. Oder der Connector. Der Voranbringer. Genau, Connector ist vielleicht noch, was ich ganz gerne mache, dass ich sage, ah, der kann das, der kann das. Und ich glaube, dieses, ich glaube, das ist das, was die Leute, wenn ich es auf mich jetzt reduziere, an uns, an mir schätzen, dass wir so dieses Team, das ist manchmal ein gefährlicher Grad zwischen, ich sage mal so, also, ich denke sehr stark in Rollen, ja, ganz bewusst, wir haben auch bei uns Holacracy mal gehabt, als Organisationsmodell, wo es sehr rollenbasiert ist, ganz streng organisiert. Ich habe mich nicht so zurechtgefunden, wir haben es dann wieder aufgehört, aber wir haben ganz viel mitgenommen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, das Gefährliche an diesem emotionalen Führungsstil vielleicht jetzt eher ist, dass du diesen Mensch und die Rolle manchmal vermischt. Und der Sven hört aber auf, wenn er morgens um 8 Uhr ins Büro kommt, natürlich bin ich, wie ich bin von einem Typ, aber ich nehme eine Rolle ein und dann gehe ich abends irgendwann wieder heim und dann bin ich wieder ich privat. Und das ist eine Gefahr bei so einem nicht direktiven Führungsstil, dass du das zu sehr vermischst. Wenn du das schaffst, nicht jetzt nur als Vorgesetzter, sondern als Mitarbeiter auch, du sagst, hey, ist klar, ist ein Teil meiner Rolle und ich muss jetzt vielleicht die Rolle ein bisschen anders ausleben, als ich es privat machen würde, dann bist du extrem stark, oder? Und an dem versuche ich immer zu arbeiten, mich zu verbessern. Ich habe coole Leute, ich versuche auch das Feedback-Thema bei uns. Ich hatte gerade heute früh ein Mitarbeitergespräch, da hat er mir gesagt, du hast mir neulich das und das gesagt, fand ich so nicht so gut, weil das hat es mir, aber war nur ein Feedback, und ich möchte, und ich habe gesagt, I love it, I love it, oder? Danke, du hast mir gerade geholfen, besser zu werden. Ja, und auch zu reflektieren, genau. Ja, super. Was ist denn mit Sven Bietke privat? Also wir wollen, das ist ja jetzt hier ein Podcast über Swisscom Event Media Solutions, aber wenn du sagst, du hast einen emotionalen Führungsstil, dann sehe ich auch daraus, dass du vielleicht zwar eine Rolle einnimmst über den Tag, aber du nimmst ja ganz viel von Sven auch mit in die Arbeit. Man soll dich ja auch so erleben, wie du bist. Und wie bist du so privat? Also du bist echt quirlig und neugierig und so. Gibt es auch Momente, wo Sven einfach reflektiert und still ist? Und brauchst du irgendwie die Natur, die Schweigen? Was ist so der Gegenpart dazu? Also meine Frau liebt mich, glaube ich, weil sonst wäre sie nicht schon so lange mit mir zusammen. Aber sie verflucht mich, wenn ich nicht chillen kann. Weil ich kann das nicht, also ich bin nicht der Sofa-Erholer, sondern ich bin der, wie du gesagt hast, ich gehe, ich erhole mich in der Natur. Aber wahrscheinlich aktiv. In der Bewegung, ja. Du sitzt nicht jetzt auf der Bank tagelang, sondern du bewegst dich. Im Winter ist es Skisport, aber am liebsten eine Skitour, was im Family ja nicht immer so geht, weil ich bin auch Vater und möchte mit meinem Sohn viel machen und der ist auch voll dabei. Aber so eine Skitour ist für mich eine Megaholung, weil du läufst mal so drei, vier Stunden und dann hast du trotzdem noch den Spaß, das runterfahren zu lassen. Ja, genau. Kann ich gut nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Und du stehst mal oben, kannst die Runde um sich genießen. Also Wahnsinn. Und ansonsten ist es, ich fahre viel Radsport auch und so. Also schon Sport, Bewegung. Bewegung, ne? Also ich erhole mich, wenn ich abends um zehn noch schnell eine Runde joggen gehe, aber ganz ohne Wegkampfgedanken oder weißt du, jetzt muss ich auch noch der harte Hund da sein. Habe ich früher gemacht, brauche ich nicht mehr. Für mich ist Erholung in der Bewegung und dann mit mir allein. Ich kann auch sehr, mache viel alleine dann auch so Sachen. Ah, mit Sohn und Frau wird wahrscheinlich der Teil von alleine dann sehr, ist sehr kostbar. Aber im Sinne von auch nicht mehr zwingend was, ja, wir müssen zusammen mit Freunden Fahrrad fahren gehen, was ich extrem gerne mache. Aber ich genieße es auch völlig alleine zu gehen. Wie ist denn das jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt deinen Sohn, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber diese Generation, die da heranwächst, die ist ja extrem Digital Native und merkst du bei ihm schon in irgendeiner Form, ich weiß wirklich nicht, wie alt er ist, vielleicht verrätst du es, ich weiß nicht, wie die aufwachsen. Das Ganze, was du jetzt so distribuierst, wo du sagst, oh, dann hier noch ein bisschen interaktiv, hier noch ein bisschen, das ist ja für ihn normal, oder? Ja, also mein Sohn ist acht und ich habe da ganz eine andere private Haltung, weil... Warum habe ich mir das irgendwie gedacht? Mein Sohn ist ein armer, ja, ich sage es jetzt nicht, der tut mir echt leid, ja. Oh Gott. Weil wir ganz streng sind diesbezüglich, er darf nur am Wochenende zum Beispiel Filme konsumieren, also auf dem Handy oder so. Montag bis Freitag ist nichts, da gibt es nur Bücher, lesen und das ist, das ist noch, also weißt du, er ist acht, oder? Und warum machen wir das auch? Weil das Schreckliche heute, finde ich, ist dieses jederzeit verfügbar, Sachen zu haben. Also wir hatten ja den Vorteil noch, ja, dass wir uns zwei Wochen auf ein Magazin freuen mussten, ja. Richtig. Und wir hatten dazwischen keine Informationen. Ja, und übrigens auch auf eine Serie oder sowas. Oder sowas. Oder man musste warten, genau, und umstehen, aufstehen und so. Und das hast du halt nicht, deshalb versuchen wir ganz künstlich diese Spannung aufzubauen, ja. Weil die als Sicherheit etwas freuen, ist das extrem kraftvoll, oder? Und das ist mir extrem wichtig, da bin ich sehr oldschool und das ist anstrengend, ja. Ja, vor allem wenn das Umfeld, wenn das Umfeld immer sagt, hast du schon, hast du hier schon, hast du da schon, und dann so, ich muss warten bis Samstag. Oder andere Kinder dürfen abends, jeden Abend um sechs, noch ihre halbe Stunde, Stunde, was auch immer machen. Ja, aber ich muss echt sagen, also das ist natürlich toll mit dem Heranwachsen, dass er auch immer sensibler wird auf so Sachen und das versteht und auch jetzt nicht mehr so störig tut, sondern das auch versteht. Aber es ist ein Kampf, du musst ihn als Eltern aushalten und du musst eine Linie haben. Aber das ist ja, aber andererseits muss ich auch einen Dank an ihn zurückgeben, er hat mich als Führungskraft extrem weiterentwickelt. Ah, interessant. Siehst du, da vermischen sich dann auch doch wieder die Rollen. Genau, ja. Ah, das finde ich ja spannend, dass man, ich habe auch Kinder und dass man dieses Lernen voneinander finde ich extrem wertvoll, wenn man das zulässt. Das war ja früher nicht unbedingt oder ist auch heute noch nicht immer so, sondern das ist einmal hier die Hierarchie und einmal da der Lernende und da der Sagende und das machen wir auch nicht und ich finde dieses Lernen voneinander sehr wertvoll. Ja, und auch das Kommunizieren im Sinne von Gefühle transparent machen, ja, und das reflektiert sich jetzt auch in ihm, dass er mir sagt, du Papi, was ist heute los, du wirkst so und so, finde ich Hammer. Also bin ich auch überrascht, dass er so empathisch schon ist, aber ich glaube, das kommt daher, dass wir diese offene Gesprächskultur führen, aber auch Gefühle äußern und nicht so, wie was ist, ja, nichts interessiert dich nicht und das Bisschen und so, sondern dieses, kümmer dich um deine Sachen. Ja, ja, so, sondern dass wir sagen, hey, schau, so und so ist mir wert, dass du dich heute vielleicht anders verhältst, weil ich bin sehr angestrengt und meistens, also jetzt klappt, vor drei, vier Jahren war es auch noch anders. Das ist ja ein Weg. Ich meine, es ist toll, über Kinder zu reden und wir führen das jetzt wieder zurück in deine Rolle als Verantwortlicher, weil das natürlich auch wertvoll ist, wenn du diese Kultur, die du zu Hause lernst von deinem Sohn oder mit deinem Sohn weiterentwickelst und deiner Frau, dann natürlich auch als Verantwortlicher kannst du das eben auch, dass du sagst, wie du gibst mir jetzt ein Feedback, was ein bisschen konstruktiv kritisch ist, finde ich in Ordnung. Das musst du ja, also der, der es im Privat nicht kann, kann es als Verantwortlicher auch nicht. Also ich glaube, Authentizität ist einfach das oberste Gut als Führungskraft, oder? Und darum sage ich, wenn ich vorhin sage, ja, ich habe eine Rolle, dann muss die Rolle aber authentisch gefüllt werden. So ist es. Aber es ist eine bewusste Rolle, ja. Ich sage gewisse Sachen oder ich schalte gewisse Sachen, die mir als Mensch extrem wehtun, weil ich sehe da die Kollegen und ich muss was entscheiden und die sind enttäuscht oder du hörst mir im Business vielleicht auf oder irgendwas, weil du sagst, es geht nicht, es macht keinen Sinn für das Unternehmen. Das ist meine Rolle, die ich einnehmen muss und die tut mir sau leid. Ja, dafür braucht man aber auch Reife. Man braucht auch ein bisschen Reife, oder? Man wächst ja auch mit sowas. Aber andererseits ist es meine Verantwortung in der Rolle und ich versuche das auch dann in der Kommunikation so zu trennen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch authentisch und auch mal die Hosen runterlässt und sagt, hey, es fällt mir jetzt auch gerade schwer. Oder es ist jetzt gerade, ich habe, wir haben zum Beispiel uns auch so Fuck-up-Nights schon gehabt, wo wir gesagt haben, du musst in der Runde, wenn du sonst nichts anwaltest, musst du über deinen größten Fuck-up reden heute, also von dem Jahr. Und dann haben wir es gedreht und gesagt, gleiche Runde über deinen größten Success dieses Jahr, oder? Und das hat immer totale Dynamik, oder? Das ist auch eine Fehlerkultur, die du dann zulässt, dass man eben nicht immer nur über die Success redet, sondern sagt, was ist heute richtig schief gegangen und dann sagt, danke, dass du es geteilt hast, dann hast du wieder was gelernt. Und was hast du selber daraus gelernt? Eben, was hast du daraus gelernt? Genau. Weil aus Erfolgen lernst du ja nicht ganz so viel eigentlich, wie aus temporären kleinen Niederlagen. Ja, genau. Ja, super. Also ich glaube, dass deine Mitarbeitenden, Frauen und Männer, wie ist denn das Verhältnis bei euch? Ja, das ist auch was, da bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf. Ja, dann frage ich das gerade. Als ich gekommen bin, war es so klassisch, da hatten wir, glaube ich, drei Frauen von 30 Mitarbeitern und die drei Frauen waren selbstverständlich in der Buchhaltung oder irgendwie so im Zunehmen. Und heute haben wir, ich würde es mit dem Daumen gepeilt, so 15, 16 Frauen. Klar, im Verhältnis ist es auch nicht die Masse, aber die sind auch wirklich in technologischen Berufen drin und das ist mega cool. Also habt ihr ein Auge drauf. Ja, aber wir machen nicht jetzt irgendwie bewusst, leider bewerben sich viel mehr Männer auf die Jobs bei uns. Habt ihr schon mal probiert, ob ihr den Job als Frauenjob ausschreibt? Also wir suchen Ingenieurinnen für Also, du müsstest dich jetzt, es ist gerade dünnes Eis, die Swisscom, da sind wir ja im Prozess der Swisscom angehängt. Also wenn wir ausschreiben, dann geht es über den Swisscom generell. Und Swisscom tut diese Sachen extrem hochwerten im Sinne von eben Diversity etc. Also ist extrem cool, auch das ganze Higher-Logik in der Swisscom mit der Ziel- und Bewertung etc. ist extrem fortschrittlich. Und ich meinte, das ist immer sehr neutral gerichtet. Naja, aber es ist ja gut, ihr habt 15 von 60. Genau. Und ich glaube, die können alle froh sein, dass sie dich als Verantwortlichen haben, muss ich wirklich sagen. Du bist ein guter Typ. Ich habe viel gelernt, muss ich sagen. Und unsere Zeit ist auch schon wieder um. Danke. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, Sven Bethke. Ja, cool. Danke vielmals für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020